Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Auch heute soll es natürlich wieder rund um die neuesten News rund um Hertha BSC gehen. Und ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir sofort über die erste Thematik und sprechen über Jean-Paul Boetius. Es fällt mir verdammt schwer, wieder diese Ausgabe der Hertha News anzufangen, aber leider muss ich euch heute mitteilen, dass Hertha BSC vor knapp zwei, drei Stunden bekannt gegeben hat, dass es jetzt einen medizinischen Befund beim Neuzugang gibt. Und zwar hat auch Jean-Paul Boetius nach Marco Richter einen Tumor im Hohn. Und deswegen wird Hertha's Boetius erstmal operiert. Und das ist eine verdammt bittere Nachricht. Boetius war erst knapp am Ende dieses Transfer-Fans zu uns gewechselt, kam ablosefrei vom 1. FC Mainz für 5. Und ich glaube, unläubbar können wir festhalten, dass Boetius unserem Spiel sehr viel Positives beigefügt hat. Er hat bereits sechs Bundesliga-Spiele für Hertha absolviert und ich glaube, man hat gesehen, dass er ein sehr, sehr wichtiges Puzzleteil sein kann. Er ist eigentlich der Spieler, der zwischen der 8. und 10. Position in unserem Spiel Spielwitz, Kreativität und vor allem Stabilität verleiht. Das hat er vor allem gegen Augsburg und gegen Mainz phasenweise richtig, richtig gut gemacht. Und ich glaube, für die kommenden Spiele wäre Boetius ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden. Leider, mit diesem Befund, muss er sich erstmal zurückziehen und muss natürlich erstmal sich vom Krebs befreien. Am Mittwoch wurde dem offensiven Mittelfeldspieler, der 28 Jahre alt ist, bei einer urologischen Untersuchung einen Tumor im Hohen diagnostiziert, der direkt morgen dann operativ entfernt werden muss. Es ist jetzt der zweite Spieler von Hertha BSC, dem ein Tumor diagnostiziert worden war. Und es ist auffällig, wie wenn wir mal in der Saison keine Probleme mit Muskelverletzungen oder sonstigen Verletzungen haben, dass unsere Spieler einen Tumor bekommen. Das ist verdammt bitter. Und es ist schon auffällig, wie oft es sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten häuft. Vor allem nicht nur bei uns, sondern ja auch bei anderen Bundesligisten. Wenn ich da zum Beispiel an Timo Baumgartel von unseren Stadtnachbarn aus Union denke oder an Sebastian Allaire, der jetzt tatsächlich auch noch wegen seinem Tumor in die Schemetherapie muss, ist das schon verdammt bitter. Fredi Bobic hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, so bitter diese Nachricht im ersten Moment auch ist, wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jean-Paul wieder gesund und schnellstmöglich in unseren Kreis zurückkehrt. Bis zu seiner Rückkehr bekommt er von uns jede erdenkliche Unterstützung. Wir werden als Hertha-Familie eng zusammenstehen und wünschen ihm nur das Beste. Und ich hoffe auch erstmal natürlich gute Besserung an Jean-Paul Boetius. Es ist wirklich auffällig. Aber ich glaube auch, so früh wie der Tumor jetzt hier festgestellt worden ist, dass man hier wieder auch nach einer OP nicht in die Schemotherapie muss. Das hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auf einen ähnlichen Verlauf wie bei Marco Richter, sodass er nach mehreren Wochen, ich glaube das waren bei Marco drei oder vier Wochen, wieder in das Teamtraining zurückkehren kann. Er hohen Krebs bzw. sein Tumor im hohen ist natürlich die, vor allem bei jungen Männern in dem Alter, wo Jean-Paul Boetius jetzt ist, die häufigste Krebsart. Und in Deutschland sterben Gott sei Dank nur relativ wenige an dieser Krebsart, denn er lässt sich vergleichsweise relativ leicht behandeln. Aber das zeigt trotzdem, wie schnell man auch als junger, gesunder Mann an so einer Krebserkrankung erkranken kann. Es ist ja nun mal eben wie folgt, bei Marco Richter und Timo Baumgartel ist es bei einer Vorsorgeuntersuchung aufgefallen. Und jetzt im Zuge, dass dort natürlich ein Befund festgestellt worden war, lassen sich viele andere Spieler Gott sei Dank jetzt auch natürlich testen. Und bei Jean-Paul Boetius könnte es eben auch noch sein, dass im Zuge des Medizinschecks dort auch eine Untersuchung angesetzt worden war. Aber tatsächlich muss man auch festhalten, dass die Häufung mit vier Bundesligaspielern innerhalb eines knappen Jahres, ich würde ja sogar schon fast sagen, innerhalb eines Sommers, ist sehr, sehr auffällig. Es gibt, wenn ich jetzt hier auf die eine oder andere Statistik schaue, so unterschiedliche Zahlen, die behaupten, dass etwa 0,1 bis 0,3 Prozent der jungen Männer an Hoddenkrebs erkranken und jetzt natürlich vier Bundesligaspieler erkrankt sind und es gab 600 verschiedene Bundesligaspieler im vergangenen Zeitraum, dann sind es vier Erkrankungen in 0,6 Prozent. Es ist sehr, sehr gehäuft, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es eine Zufallshäufung ist. Ich denke mal, viele Bundesligaspieler haben sich testen lassen, jetzt ob sie dementsprechend solch ein Tumor haben. Die Fälle, Baumgarte, Richter, Haller haben ja Eindruck vermittelt und zeigen auch direkt, dass man jetzt dieses Thema aktiver, offener kommunizieren möchte und dass man auch dementsprechend keine Scheu davor haben sollte, als Fußballspieler oder eben auch als normaler Nicht-Fußballspieler eine Vorsorgeuntersuchung anzugehen. So wurde jetzt hoffentlich der Tumor Boboiesis entdeckt und das zeigt mir eben schnell, dass auch so ein Tumor bei jungen Männern in unserem Alter mal durchaus auftreten kann. Das ist keine Seltenheit ja fast schon. Es kann natürlich vielfältige Ursachen geben für diese erhölften Krebserkrankungen, keine Ahnung, aber schwierig dort jetzt einfach eine Spekulation abzugeben, denn ich habe ja für nichts mögliche Belege, die belegen können, was die Ursachen dafür sind. Fakt ist, es tritt relativ häufig auf bei jungen Männern und jetzt viermal in der Bundesliga im kurzen Zeitraum, davon natürlich ausgerechnet zweimal bei Hertha BSC, wir haben ja das Glück und es ist verdammt bitter. Also ich hoffe, Boetius wird schnell wieder gesund, kann schnell wieder in den Kader zurückkehren, ich wünsche ihm alles, alles gute, gute Besserung und ich hoffe auf einen sehr, sehr milden Verlauf, dass man nach der OP auch natürlich sofort wieder krebsfrei ist, dass man auf eine Chemotherapie verzichten muss, aber ich hoffe, dass es früh genug erkannt worden ist und dann gibt es eigentlich nahezu keine Gefahr, was das ist. Ursachen, wie gesagt, wenn man sich allgemein im Sport unschaut, dann gibt es dort verschiedene Ursachen, Doping, Strahlenbelastung, irgendeinen anderen Mist, da kann man kein Urteil draus ziehen. Vielleicht sollte das mal untersucht werden, aber solange es keine Belege oder sonst was gibt, ja, kann man schwierig ein Fazit aus der Häufung der Krebserkrankungen ziehen, denn viermal 0,6% der Bundesligaspieler könnte auch einfach nur eine Zufallshäufung sein, aber vielleicht wird sich vielleicht noch ein Mediziner oder so dazu äußern in den kommenden Tagen oder Wochen oder Monaten und dann können wir mal schauen, was diese zu sagen haben. So viel aber dazu, wie gesagt, Boetius, nicht nur Boetius, auch Timo Baumgarte, Sebastian Lehr, gute Besserung, ich hoffe, dass alle dann auch krebsfrei wieder in ihren Teams spielen können und ich glaube, dass Boetius für die Zukunft eine wichtige Säule bei Hertha BSC sein könnte. Seine Qualitäten auf der Achterposition sind definitiv nicht zu verkennen und ja, an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis an euch, abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft wechseln, um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen und sollte euch dieses Video hier gefallen, lasst super gerne ein Like da und ich möchte jetzt nicht nur ganz schlechte News hier heute verbreiten, sondern auch auf die ein oder andere positive Statistik sprechen und zwar habe ich eine sehr interessante Statistik gefunden und zwar geht es um die Teams mit den direktesten Angriffen. Das heißt, die Teams, die offensiv begannen in der eigenen Hälfte heraus anzugreifen und mindestens 50% der Bewegungen in Richtung Tor führten zu einem Schuss oder zumindest zu einem Beikontakt im gegnerischen Strafraum. Und hier gibt es eine kleine Tabelle. Wer ist erster Platz? Wer ist zweiter Platz? Wer ist dritter Platz? Das klingt nach einer Statistik, wo vor allem die offensiven Top-Teams wie Real Madrid überzeugen können. Und so ist es tatsächlich auch. Auf dem ersten Platz ist Real Madrid, aber ihr seht es schon, auf dem zweiten Platz befindet sich kein geringerer Verein als Hertha BSC. Hertha BSC hat eine feilschnelle Offensive. Jede nahezu Ballaktion im gegnerischen Strafraum wird gefährlich und das ist doch mal sehr interessant. Unsere Offensive, also so einen Wert hätte man letztes Jahr nicht erschaffen können mit Suat, Serdar und Darida auf dem Flügel. Und das zeigt er mal, hey, bei uns geht es gerade ein bisschen bergauf und das ist doch nicht zu verkennen. Ja, und in einer Liste zu stehen mit Real Madrid und dem AC Mailand, das ist nicht schlecht. Da braucht man sich gar nicht für schämen und das zeigt immer noch die leicht positive Entwicklung bei Hertha BSC. Und dass wir jetzt versuchen, diesen offensiven Spielstil umzusetzen und in Punkte umzumünzen, zeigt auf jeden Fall, dass wir uns in der Entwicklung auf einem sehr, sehr guten Weg befinden, was die Spielphilosophie angeht. Denn die war in den letzten Wochen und Monaten top. Das, was Sandro Schwarz bis hierhin geschafft hat, ist löblich und ich hoffe, dass man genau daran weiter anknoppen wird. Gegen Hoppelheim, dann in einer Woche und am Sonntag dann sofort wieder weitermachen und dort die nächsten Punkte einfahren. Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken. Was sage ich denn? Wir haben gegen Gladbach, gegen Mainz und gegen Dortmund und eigentlich auch gegen Leverkusen ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir sind keine Mannschaft, die uns verstecken braucht. Wir können vor allem mit unserer Offensive in den letzten Spieltagen überzeugen. Wenn wir dann noch an unserer Chancenverwertung aktiv arbeiten, ja, dann stehen zukünftig Punkte überhaupt nichts mehr im Weg. So, an dieser Stelle war es das mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Abonniert gerne diesen Kanal, um auch in Zukunftsflexe rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Abend. Hier in der Endcard könnt ihr euch noch das Video von gestern anschauen. Auch wieder eine sehr wichtige Ausgabe der Hertha News. Genießt diesen Abend. Schönen Tage noch und tschüss. Genießt diesen Abend. Schönen Tag. Vielen Dank.